Sagen die Sowjeten, jawohl, das ist ganz klar, das muss unser oberster Studiendirektor der Bibliothek machen, der ist belesen und der hat dann angefangen zum Lesen, zum Lesen, zum Lesen. Die Franziskaner sagen, was sollen wir tun? Wir sind Brüder des Volkes, wir wissen, wie man dem Volk helfen muss, was sollen wir tun? Also gut, was sollen wir tun? Wir wissen es nicht, wir ziehen Stäbchen. Nein, das längste Stäbchen gewinnt und der muss zu dieser Diskussion hingehen und das erklären. Die Runde zieht, die Runde zieht, die Runde zieht, wer gewinnt? Der Koch. Fraß Brutsch-Zorne, das war sein Name, Bruder Brutsch-Zorne. Nein, sagen alle um Himmels Willen, jetzt hätten wir so viel gehabt, ausgerechnet der Koch, ausgerechnet der Koch muss jetzt hier zu der großen Diskussion. Also drei Tage später ist die große Diskussion. Bischof sitzt, alle oben sind hier oben, um zu urteilen, wie es geht. Alle haben Angst, aber gut, Fraß Brutsch-Zorne geht hin und denkt sich, na, was soll das? Das spielt doch keine Rolle. Also geht es los und dann sagt der Jesuit, ohne Worte. Fraß Brutsch-Zorne. Dann sitzt der Fraß Brutsch-Zorne gegenüber und sagt. Und dann sagt der Jesuit, okay, alles klar, ich habe verloren. Niemand kapiert es, keiner weiß wieso. Die Jesuiten haben die Tränen nahe, weil sie haben sich als Sieger gesehen und die Franziskaner klatschen und schlagen ein auf und freut sich mit so. Also danach geht die große Diskussion los. Was ist passiert? Sagt der Jesuit, ich habe gesagt, es gibt nur einen Gott. Sagt der Fraß Brutsch-Zorne. Und ich habe gedacht, der guckt mich mit einem Auge an, ich gucke dich mit zwei Augen an. Dann geht es wieder rückwärts und dann sagt der, das kann nicht sein, was willst du von mir? Das heißt auf Italienisch, was willst du von mir? Und dann war der Jesuit geblattet, weil das heißt, Dreieinigkeit ist Gott. Und damit hat der Jesuit verloren und hat Brutsch-Zorne gewonnen und alles war klar. Du, wir haben gelacht, wir haben gelacht an dem Abend, es war der Hit. Und dann hat er dann jeden Tag die Dreieinigkeit Gottes und andere haben bloß gesagt, was willst du von mir? Ja, du warst.